Die Pumpen in den Schöpfwerken der Moorim-Umstähler-Sielacht laufen seit drei Tagen fast rund um die Uhr, um den Wassermassen herzuwerden. Weil die Hund aufgrund ungünstiger Winde bei Elbe nicht abfiel, da der Orkan die Wassermassen in die Weser drückte, konnten auch die Schöpfwerke nicht genügend Wasser abpumpen. Und so stehen jetzt auch die Gräben und größere Flächen im Impfweger Moor und in den Moorim unter Wasser. Bei weiteren Niederschlägenwürde ist problematisch, sagt Verbandsvorstehender Jürgen Büsing, der die geplante Novellierung des Landesraumordnungsprogramms mit der Ausweisung von Vorranggebieten für den Moorschutz kritisiert. Sollten Flächen für den Moorschutz vernässt werden, gingen Flächenverleugungen, die das Wasser, wie jetzt bei den starken Regenfällen, aufnehmen könnten. Die Folge, die Schöpfwerke wären überlastet, könnten die anfallenden Wassermengen nicht mehr zügig abpumpen. Gebiete in Moorim und auch in Elzleed stünden unter Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017